Die Systemumstellung von Xavi auf 4-2-3-1 fruchtet immer mehr beim FC Barcelona. Man hat das Ganze ja schon im Spiel gegen Atletico so gespielt und da er unverdient gewonnen, nun konnte man im spanischen Supercup-Finale gegen den Erzrivalen Real Madrid spielerisch überzeugen und einen ungefährdeten 3-1-Sieg und somit den ersten Titel unter Xavi als Trainer einfahren. Taktisch gesehen gefällt mir da aber vor allem, dass er dabei vom klassisch-spanischen 4-3-3 abrückt und einen eigenen Spielstil entwickelt, der besser zu den Stärken der Spielern passt, die eben vorhanden sind im Kader. Das wird, finde ich, vor allem im Mittelfeld deutlich. Da hat man nämlich weiterhin einen Sergio Busquets, der da auf der 6 spielt mit seinen gewohnten Defensivaufgaben, strahlt da weiterhin eine enorme Ruhe aus und neben ihm auf der Doppelsex hat man dann eben einen Frenkie de Jong, also eine Art tiefer Spielgestalter, der gleichzeitig oft aber auch durch sein Aufschieben nach vorne den Wechsel in das asymmetrische Offensivsystem auslöste. Ist dann so, Dembélé sorgt rechts für die Breite im Spiel, links der aufgeschobene Linksverteidiger Balde, Lewandowski agiert dann wie gewohnt zentral als Zielspieler vorne drin, Petri kann dann eben von der 10 rechts in den Halbraum schieben, Gabi von links außen in den linken Halbraum, dann eben die Doppelsex Busquets de Jong, natürlich Busquets eher als Absicherung, de Jong eher offensiver und Araujo wird dann vom Rechtsverteidiger zum Innenverteidiger und somit hat man dann halt eben im Ballbesitz, wenn man den Ball hoch hat, eine Dreierkette defensiv. Und wie angesprochen, Busquets und de Jong kamen die Rollen auf jeden Fall zugute, aber auch sowohl Petri als auch Gabi blühten dabei auf. Petri, der hier im 10er Raum mehr Freiheiten bekommt, wie jetzt im 4-3-3, wo er ein bisschen tiefer spielt und kann sich da halt eben zwischen den Ketten vom Gegner bewegen und das Spiel mehr oder weniger gestalten. Aber vor allem kam es halt eben auch Gabi zugute, der ja auch gerne mal Tiefenläufe startet hinter die gegnerische Abwehrkette, was er in einer tieferen Rolle im 4-3-3, wo er oft Achter spielt, nicht so oft kann. Und daraus sind ja tatsächlich auch alle drei Tore resultiert. Gabi macht einen Lauf hinter die Kette, bekommt den Ball, schließt dann entweder selber ab oder legt eben quer auf die rechte Seite für entweder Lewandowski oder Petri, die dann nur noch einschieben müssen. Das war dann oft auch gar nicht mal in der Offensiv-Formation, sondern noch im 4-2-3-1, weil man ist hoch angelaufen, häufig in einem 4-4-2, also Lewandowski hier links, Petri rechts. Und dann sah das Ganze so aus und konnte man dann da den Ball gewinnen, war man natürlich noch nicht im Offensiv-System, hat dennoch schnell nach vorne gespielt. Und so konnte man dann oft Gabi hier in die Tiefe schicken, der dann halt eben hier für Gefahr sorgen konnte. Dementsprechend haben sie generell einen guten Mix aus Ballbesitz, aber auch Pressing gefunden. Und so sind ja auch zwei der Tore nach hohen Ballgewinnen erzielt worden. Zudem waren die Chancen gegen ein schwächelndes Real super herausgespielt, wie eben angesprochen, sodass der Torschütze den Ball meist nur noch einschieben musste oder halt eben in einer 1-gegen-1-Situation mit dem gegnerischen Torwart, in dem Fall Courtois, war. Durch das aggressive Anlaufen, sei es jetzt eben hoch, wie wir jetzt hier sehen, wenn Real tief den Ball hat, oder eben im 4-4-2-Midblock, also etwas tiefer, aber dennoch in der Defensiv-Formation. Also dann war das Ganze eben tiefer, Petri auch oft tiefer wie Lewandowski. Aber wenn dann eben Real hier im Mittelfeld den Ball hatte, dann sind die trotzdem immer aus der Kette raus hier angelaufen und haben Real dann eben entscheidend gestört. Und so konnte sich Real in der ersten Halbzeit kaum aus dem tiefen Ballbesitz nach vorne hin befreien und hatte dementsprechend auch quasi keine Chancen im Gegensatz zu Barca. Der Schlüssel Barca hingegen im Spiel nach vorne war vor allem die Überzahl im Zentrum mit dem angesprochenen Busquets, De Jong, Petri und auch Gabi, der sich oft ins Zentrum hineinbegeben hat. Das heißt, man hatte je nachdem, wenn Gabi eben rein ist, Petri hat sich ja auch oftmals fallen lassen, um das Spiel nach vorne zu bringen, hatte man hier eben, ich kann das gerade mal einzeichnen, hier so eine Art Mittelfeldbox zwischen den vier Mittelfeldspielern und somit hatte man dann halt eben im Gegensatz zu Real eine Überzahl im Mittelfeld. Hier habe ich es jetzt auch nochmal verdeutlicht, also Real wie gewohnt in einem 4-3-3 und dementsprechend halt eben ein Dreier-Mittelfeld. Und wir sehen es ja in dem zentralen Bereich halt eben vier Barca-Spieler gegen drei Realspieler. Und vor allem ist das Dreier-Mittelfeld von Real dann halt eben extrem aggressiv angelaufen, wenn man nicht den Ball hatte und halt eben Barca nach vorne gespielt hat. Meines Empfindens nach sogar viel zu aggressiv, teilweise aggressiver wie die Flügelspieler hier auf außen angelaufen sind. Und es gehört halt auch zur Wahrheit, dass sich dadurch viele Räume für Barca geöffnet haben, die dann vor allem De Jong gut genutzt hat, um die Mittelfeldreihe zu überspielen und das Spiel von Barca nach vorne zu treiben. Vor allem groß hat mir als Sechser zu Eik wie ein Achter, was er ja normalerweise auch spielt, den Gegner angelaufen. Er spielte ja in dem Spiel auch nur dort, weil Chouameni verletzt ist und er die einzige Alternative zu ihm ist. Das kann Toni Kroos auch durchaus spielen, aber wenn dann eigentlich nur gegen unterlegene Gegner in Liga oder Pokal, aber gegen Top-Teams weist er da doch schon defensive Mängel auf. Uns fehlt so ein bisschen ein weiterer Defensivsteiger Sechser im Kader, denn man wollte ja eigentlich mit Kashimiro und Chouameni in die Saison gehen, bis dann halt eben das Angebot von Manchester United kam. Zudem sollte ein Toni Kroos bei Rückstand meiner Ansicht nach eher auf der Acht spielen, da seine Halbfeldflanken in den Sechzehner halt immer extrem gefährlich sind, vor allem bei Rückstand. Die kann er hier aus dem Zentrum raus nicht schlagen. Spielt er jetzt ja links, kann er die schlagen oder halt eben rechts. Links kommen sie meist noch gefährlicher, da kann er die so nach innen schwingen, bringen und dann hat man halt eben vorne eine Kopfballgefahr, sei es über Benzema oder halt eben Rüdiger, der dann vorne reinrückt. Stattdessen hat Ancelotti ihn dann aber rausgenommen, anstatt seine Position umzustellen, ihn halt eben auf die Acht zu bringen, wie eben gesagt, denn Kroos war, finde ich, eher aufgrund seiner Rolle in dem System schwach in dem Spiel und weniger aufgrund seiner Tagesverfassung. Und ich denke, auf der Acht hätte er durchaus besser performen können. Dann kam halt eben Kroos raus, wie gesagt. Und dann hatte man Modric, Kamavinga sind auch raus, weil Werde war dann zwischenzeitlich Achter, ist dann sogar auf die Sechs gerückt, Rodrigo als rechter Zehner und Ceballos dann als linker Achter. Und durch diese Wechsel war es dann halt eben so, dass sich Real nicht mehr wirklich aufzwingen konnte und neben dem Anschlusstreffer in der letzten Aktion eigentlich nur noch über Distanzschüsse für Gefahr sorgen konnte. Während Barca also mit dem 4-2-3-1 ein neues System gefunden hat, mit dem sie erfolgreich und gut Fußball spielen, setzt Real die schwache Form fort, da Ancelotti an seiner Spielidee festhält und sich weiterhin noch selten auf den Gegner anpasst und Suse auf die individuelle Qualität der Mannschaft setzt, was aber gegen Top-Teams problematisch wird. Und Barca hat spätestens in dem Spiel bewiesen, dass sie wieder ein solcher sind und einfach Zeit brauchen, das richtige System zu finden und sich damit einzuspielen.